Grüß Gott, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Ebrechtdorf. Heute ein Tipp von der Serie Golf Mythos und zwar heute, wir haben zu tun mit dem linken Arm gestreckt oder steif. Steif im Golf funktioniert nicht wirklich. So was wir meinen mit dem linken Arm gestreckt und so ist, dass der linke Arm sollte so gut es geht, aber ohne fest oder steif zu werden, gerade bleiben. Der wichtigste Moment in dem Golf Schwung, wo der linke Arm steif oder gerade sein sollte, wäre hier im Treffmoment. Beim Ausschwung, wenn der linke Ellbogen ganz leicht biegt, das ist überhaupt kein Problem und keine Affäre. Es ist lieber, dass der linke Arm leicht abgewinkelt ist als gestreckt und steif. So, wenn Sie beim nächsten Mal trainieren, schauen Sie, dass die linke Arm ganz leicht abgewinkelt, wenn es geht und dann im Treffmoment schön strecken. Probieren Sie diesen Tipp und Sie werden sehen, Ihr Golf wird besser. Bis bald, bis zum nächsten Mal.